Wo gehen wir hin? Das ist aber nett, da gibts einfach zu. Hier nochmal Snobby Shores, komm. Auf trocken. Auf trocken. Kann ich nicht einmal mit normalen Spieleuten spielen? Ja dann gehen wir jetzt schon raus. Kann ich einmal nicht mit normalen Leuten spielen? Schnauze. Du hast die eine Runde verloren. Ich? Welche? Da wo du mich nicht aufgehoben hast. Was? Jetzt gerade? Nein. Da wo wir oben in dem Haus waren. Und ich hab gesagt hab, heb auf. Nee nee warte ich mach das. Ich konnte nicht. Die haben mich gepusht. Es dauert 10 Sekunden dich aufzuheben. Ja und 10 Sekunden standst du da rum. Ja, die haben mich gepusht. Ich musste doch was machen. Du hättest mich aufgeheben können, Junge. Hätt ich nicht. Was? Na. Was? Was? Mein Team ist neben uns. Direkt neben uns. Direkt neben uns. Er schießt auf dich schon. Schießt auf dich? Bist du tot? Nee. Er schießt nicht auf mich. Ich weiß nicht auf was er schießt. Komm mal zu dir. Ist da noch irgendwas drin? Irgendwo muss hier ein scheiß Geheimgang sein. Irgendwo. Hab aber nicht rausgefunden wo. Warte ich komm mal zu dir. Ich komm mal zu dir. Ich komm mal zu dir. Hier ist irgendwo nämlich noch... Ich muss in die Kisten. Ich weiß aber nicht wo der scheiß Eingang von diesem Fick Geheimgang ist. Warte ich trink mal schnell. Ich hab ein Bildscher-Ontrang. Marcel. Ähm. Ich hab gar nichts zum abbauen. Scheiße. Ist er? Äh ja. Ja 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 ja. Gerne. Wir sollten... Wenn die jetzt da rum kämpfen sollten wir eigentlich mal Hallo sagen oder? Ja. Was gescheites drin? Ähm. Naja. Helfermäßig noch zu. Naja. What the fuck ist das verbuggt alter. Au. Was? Oh die Schall gedämpft ist ja auch scheiße. Noch. Ah guck mal hier. Ja eben das ist der Geheimgang. Sag nicht ja. Guck. Guck und da ist der Schrank dahinter. Mach den Schrank mal weg. Guck hier ist der Schrank. Und hier kann man runter. Nice. Ja dann. Warte. Ich hab... Ich hab kein nichts bauen. Wir müssen hier bauen. Warte. Ja. Werden soll man? Äh. Da drüben links waren auf jeden Fall welche. Dann lass doch mal dahin. 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 Die Bounder. Wo? Ab ihn. Du hast ihn. Er hat ihn niedergestreckt. Er hat noch nen Teammate. Warte. Warte mal dahin. Warte mal dahin. Ich seh ihn nicht mehr. Doch der... Der steht ja in der Wand. Ich seh ihn. Ich seh sein Teammate. Wie ist der? Er schießt mich. Er schießt mich ab der Wichser. Oh. Du schießt mich da. Geh... Geh runter? Du kannst ihn töten. Nein. Ich kann ihn nicht töten. Ich bewege dich wieder. Doch der pusht uns doch jetzt hundertprozentig. Warte. Der ist genau gegen... Der kommt über uns. Den machen wir. Wo ist der? Wo ist der? Der schießt doch. Hä? Der schießt nicht auf uns. Die schießen sich gegenseitig. LOL. Der ist tot. 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 Der ist doch ein anderes Team. Achso. Der wurde doch von irgendwas getötet. Ja von einem anderen. Der hat nur eins gegen eins gekämpft. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt wartet. Der muss... Der kommt doch hier zu seinem... Warte ich verbinde mich mal ganz kurz. Ja. Der hat... Gut dass du dich verbinden. So... Ja. Willst du auch was? Warte. 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 Hinten links. Der Zeug. Ich hab mal Granaten geworfen. Der ist nicht mehr hier. Der ist safe noch hier. Wo soll der hingegangen sein? Ey wir sollten mal gehen Lunge. Junge. Warte. Nix warte. Guck mal auf die Zone. Ja. Du wolltest nicht pushen. Also ich hab jetzt... Du siehst ja meine Leben als Anzeige. Ich werde sterben. Ja warum... Hast du... Ja Verbände... Warum hast du dich da oben nicht geholt? Keine Zeit. Man hat... Hat nichts zu bauen. Irgendwie das hingegangen. Jetzt sind wir weg. Alter. Das wär mir nie im Leben. Ne. Ne. Schaff' wir mal. Just believe. Selbst wenn wir's schaffen. Danach stehen dann irgendwo welche und dann... sind wir weggerotzt. Ist man eigentlich wenn man eine andere Waffe in der Hand hat schneller? Ne. Ist doch egal natürlich. Oh. Aber der eine ist noch hier irgendwo. Jaja. Also... Weiß ich nicht so wo aber... Wir laufen halt direkt durch Tilde Towers gell? Juck mich nicht. Ein bisschen außerhalb laufen. Das haben wir vielleicht noch. Vielleicht. Ja die erste Zone ist eh langsam. Das Medipack oder? Yes. Und das Medipack ne. Aber es ist ne Falle und da steht jetzt jemand drauf. Ich muss alles kurz zu mir nehmen. Ich behalten müssen. Das ist alles nach. Oh nein. Brauchst du Granaten? Schnödeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldel alles klar, wir haben die Verfolgung aufgenommen das 18 passt nicht das war alles andere außer das 18 ich komme nicht hoch ich komme nicht hoch ja weil du inkompetent bist, die Zone er will nicht springen, Junge einfach inkompetent er wollte nicht springen, sie wollte nicht springen nix kannst du oh Gott, die Zone wo ist der hin, Junge? Loot-Leg, einfach Loot-Leg, einfach Loot-Leg die Zone kommt Mama! bei Loot-Leg war jemand, oh shit da haben wir ein Ohr drin also nicht drin, aber jetzt macht sie mehr Schaden, wenn die angekommen sind Ohhhhh ja wir müssen jetzt wir müssen hier rüber, wir gehen hier rüber, wir gehen hier rüber wir haben Zeit, ja haben wir nicht, jeder schießt etwas auf uns ich glaubet nicht Ich glaube nicht, dass jemand auf uns geschossen hat. Da oben 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 wo oben Wir fähigen, wir fähigen. Er kommt runter, er kommt runter, er kommt runter! Nice. Er ist tot. Kommen doch bestimmt hier runter. Ja, der hat... Nee, der wifft Granaten. Der nicht. Wenn du springt rutsch einfach runter, dann kann ich dich eliminieren. also du heb mich auf äh äh warte die zone ist so laut ich hör kein wenn der schritt du machst hör ich das nicht der ist oben ich hab's du bist du bist du bist du warte komm mal hier in die ecke komm mal hier in die ecke warum bist du weggelaufen ich wollte gucken ob schnell belebt mich ist er ja abgelenkt oder so belebt mich ich sehe nicht guck mal bitte ob jemand kommt ja ich guck ich hab da liegt ein medipack das kannst du benutzen nein steht drauf das sind drei medipacks drei medipacks sind das drei medipacks ja ok ja warte ich binde mich kurz ein oh tschuldigung bei der marcel ich schwör's dir äh warte ich geb dir mal die medipacks hier nimm mal die medipacks bitte komm lass die gehen wir müssen 30 sekunden wir weit laufen ja da schießt jemand ja egal da schießen zwei als gut aus gut springen 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 hol dir den traktor oder hol dir den traktor hinter den container hinter den jungen konatwürfe junge hinter den container alles gut alles gut alles gut ok jetzt müssen wir rennen ey durchs wasser wird scheiße gell wir sollten sollten oh gott das schaffen wir nie im leben dürfen wir nicht ich hab noch zwei medipacks ich hab noch vier verbände ich hab noch vier verbände alter wir sind so weit laufen ja die zone hat uns jetzt schon fast eben weil durchs wasser sind wir so langsam ah kacke ach man es hätte nicht so gut werden können was machst du ich hab dich angeschossen komm jetzt lauf ja ich bin drin ist doch scheißegal lauf einfach wir hätten den pushen sollen es war wieder ein call von mir wo Marcel gedacht hat nee komm du hast Mann halt doch jetzt einfach mal eine schnauze ja schaffen wir ich hab noch zwei medipacks bei 50 nehmen wir wir sind gleich in der zone wir sind gleich in der zone dann verkampen wir uns irgendwo und dann nehmen wir die zwei medipacks ok schaffen wir 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 aber der sporm ist natürlich auch nicht mehr drin ich bin hier hinterher irgendwo hinten wir schafft wir haben es geschafft ja nächster hast du noch muni für mich äh was brauchst du für muni äh alles vor allem ja muni wie ist denn das nochmal die drei die drei die drei die drei die drei die drei die die drei ja schießt jemand habe ihn schießt lass uns in die woher dass wir drin sind die zon ist bei tomato town das schießt in tomato town wird geballert Es sind noch zwölf stück Sechs teams also fünf teams Da drüben 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 Ich habe ihn einen hit gegeben Ich habe ihn einen hit gegeben Ich habe auch einen Schild-hit gegeben Noch einen Schild-hit? Ich habe einen normal-hit gegeben Gar nicht so viel ballern So wir sind drinnen hier Hier Die haben sich da drüben eingebaut In der Tomato Town ist keiner mehr Sicher Wir sind hier nicht drin Ich sehe keinen mehr Da unten, guck mal da unten, äh 126 Unten, äh wurde gebaut Wir sind hier nicht drinnen, gell? Doch, vorne sind wir Drinnen Safe Vorne sind wir drinnen, vorne am Berg, ja Ja, aber ich bin hier in meinem Tower nicht drin Nee Das meinte ich damit, aber Ich geh mal da Komm lass da runter, lass da runter, lass da runter Oh Lass da, du meinst da runter, okay Da wo das Zeug liegt Ja, ja genau da wo das Zeug liegt Da haben wir auch noch einen kleinen Safe-Ding schon Da ist irgendwie noch ein Medi-Kit Was blaues liegt da noch? Blau ohne Sniper Abwände, kannst du Verbände vielleicht noch mitnehmen? Äh, ne, ja, Verbände kann ich mitnehmen Wo? Äh, und das Medi-Kit hast du dabei? Ja, hatte ich bei mir, ich hab zwei Medi-Kits Na gut Da ist jemand, oh, 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 da rein Woll ich komm? Woll ich komm? Ich bin down Er dauern, er macht mich fertig Ich bin down Das kann Das kann